Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Revelations Und wie man sieht, ich hab's endlich mal wieder hingekriegt mit Facecam So, ja Wir sind jetzt in diesem großen bösen Raum hier Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet Geschweige denn guck ich mal hier, ah ja Wir haben hier sogar noch einen oberen Stock Und den schauen wir uns vielleicht erstmal an Einfach mal so Von da hinten ist irgendwas gelbes eingezeichnet Von hier geht's doch noch höher Solarium Okay, hier ist schon wieder ein Aufzug, ne oder? Okay Ziel Wäre ein Stockwerk tiefer Verdammt Ähm Ich geh dann mal wieder Aber hier hat man ein Ladescreen natürlich interessant gemacht Das Ding dreht sich und dreht sich Und jetzt im Hintergrund Lädt er So, und ich sehe Ziel ist ein Stockwerk tiefer Aber ich will hier oben jetzt trotzdem noch schnell alles erkunden Hier haben wir einen Aufzug Funktioniert nicht Okay Wie schaut's dann eigentlich mit Ausrüstung? Okay, wir haben nur die eine Knalle Mit lustiger Weise auch nicht mehr viel Schuss Funktioniert nicht Ein Bildchen Das ist interessant, meine Grafikkarte langweilt sich bei diesem Spiel So, dann muss ich noch mal ganz kurz gucken Ich bin auf der richtigen Fährte Oh, da hinten Jetzt sehe ich's leuchten Dann schauen wir doch mal Was haben wir denn hier? Yay Zugehalten Feuerrate 1 Schaden 2 Sie können nicht zweit dieselben Art ausrüsten Plus 20% Yay Feuerrate Cool Jetzt Ja, jetzt fliegt mir ja natürlich so eine Fliege Das ist natürlich richtig toll bei so einem Horrorspiel Okay, was haben wir hier? Ha, 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 ha Rettungsring Vor dem Notfall Was? Vor dem Notfallkommunikationsraum hinterlassen Eine Notiz An der Tür klebt eine Nachricht Ach, komm Dies ist der Notfallkommunikationsraum Ohne meine Erlaubnis Und ohne meinen Schlüssel Kommt hier niemand rein Wenn sie hinein wollen Finden sie mich wie gewöhnlich Auf dem Promenadendeck Ihr Kommunikationsoffizier Scheußfliege Darunter ist eine handgeschriebene Bemerkung So ein Müll Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern Ich gehe zur Promenade Da finde ich wenigstens was zu essen Wer noch am Leben ist Kann mich dort antreffen Ihr wisst wo ihr mich finden könnt So leicht trete ich nicht ab Verlasst euch drauf Hoffentlich bin ich nicht der einzige Überlebende Euer freundlicher Kommunikationsoffizier Das Promenadendeck ist neben der Halle Gehen wir Wir sollten den Schlüssel finden können Den wir brauchen Okay Okay Jetzt müssen wir wieder ganz runter Hm Am einfachsten da lang Mal kurz rum gucken Gibt es hier irgendwas Ne Promenade Ladebraum Ganz ohne laden geht es ja nicht Ich bin gespannt was uns dort jetzt erwartet Irgendwelche komischen Geräusche Vor allem schon mal Okay Muss ich mir Gedanken machen Wenn ich jetzt schon Munition finde Das Tor ist zu Da ist ne Tür Eben hatte ich schon Angst Schweige denn Diese Geräusche im Hintergrund Die sagen mir auch nicht unbedingt zu Okay Ich hab's gewusst Irgendwas in Richtung Endboss Zwischenboss Was weiß ich Wir haben wohl das Promenadendeck gefunden Ich merke gerade dass meine Maus ziemlich scheiße ist So ganz knappe Bewegung Feinjustierung Mag die nicht Wozu hab ich eigentlich einen Partner Wenn der nichts macht und nur drauf rum steht Man Aber Hauptsache Ich sag mich mal hier Aha Munition verballern lassen Ja Wie er Ziel nicht gefunden Ich würde mal behaupten Der ist auch schon zombifiziert Man hört es ja schon Ich versuche irgendwas zu verstehen Aber das ist Geht nicht Oh Spezialzubehör Objekt Schrotflinte War mir irgendwie klar Aber finde ich gut Dass ich jetzt zufällig So kurz vor Diesem Vieh da Noch ein Spezialzubehör finde Feuerrate 2 Ich habe eben erst Feuerrate 1 ausgestattet Hier möchte ich gern So Feuerrate 2 Erhöht die Feuerrate 30% Blöde ist nur Ich habe nicht viel Munition Rüft der als Mayday Auch entzündliches Gas Ich glaube wir haben den letzten Überlebenden gefunden Unten ist noch ganz viel Munition Ist interessant Jetzt verstehe ich es wenigstens Wenn ihr mir sagen könnt Wie ich diesen Effekt hinkriege So wie der da spricht Bitte in die Kommentare Okay Ich bin voll ausgestattet Ich bin voll ausgestattet ich ja nie ist klar Ach, komm. Okay. Ah, nein! Okay, das war ein Fehler. Falsche Richtung, falsche Richtung. So, wo waren denn noch... Ja, finde ich toll, dass du auch mal was machst. Alter, der hat ja kein Segel. Oder sowas in der Art. Nein, Sackgasse. Lalalala. Okay, noch eine Sackgasse. Na, komm her. Und jetzt lass mich wenigstens schön brav raus. Miep. Okay, ich sollte mich vielleicht nicht immer einkesseln lassen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Gab dich wohl. Tschüss. Tschüss. Tschüss.